Sechs krasse Gründe, warum junge Frauen ältere Männer bumsen. Mit einem Grund teile ich eine schockierende Wahrheit mit euch und passend zum Thema verrattet ihr euch im Laufe dieses Videos, um wie viel älter mein ältester Bumspartner war. Grund Nummer eins, es sind die sexuellen Erfahrungen. Und sie wissen halt meistens auch viel besser, wie man eine Frau richtig verführt. In Bayern gibt es ein schönes Sprichwort dazu, das lautet, auf dem alten Radl lernt man es von. Grund Nummer zwei, Status und Selbstbewusstsein. Ältere Männer sind in der Regel ganz einfach selbstsicherer und vor allen Dingen beruflich viel erfolgreicher als junge Frauen. Grund Nummer drei, wer hätte das gedacht, der finanzielle Aspekt. Sie haben halt meistens einfach mehr Geld und können die Frau mit Luxus verwöhnen. Wenn du einer dieser Männer wirst, der gerne schöne Frauen mit Luxus verwöhnt, dann kannst du das ab sofort auf der Seite gettaschucker.de machen. Der Sponsor meines heutigen Videos. Auf diesem Datingportal treffen Männer auf junge, attraktive Frauen. Den Link zum Portal habe ich euch unten in meiner Videobeschreibung gepackt. Die Männer, die sich jetzt über meinen exklusiven Link anmelden, erhalten tolle Bonis auf alle Pakete. Grund Nummer vier, die Reife. Ein kindisches Verhalten von Gleichaltrigen macht euch ganz einfach unattraktiv. Bevor ich gleich zu der schockierenden Wahrheit komme, teile ich jetzt Grund Nummer fünf mit euch in Kombination mit dem Altersunterschied von meinem ältesten Bumspartner. Ja, meine Lieben, wo die Liebe hinfällt, also es muss nicht immer alles mit Geld und Status zusammenhängen. Es gibt auch durchaus echte Liebe zwischen zwei Menschen, die heute nochmal einen großen Altersunterschied haben. Bei mir waren es 14 Jahre. Fällt die Liebe bei dir auf meine Videos, so zeigst du doch, indem du mir ein Like und ein Abo dalässt. Die schockierende Wahrheit, Grund Nummer sechs. Manchmal steckt da ganz einfach ein Vaterkomplex dahinter. Die Sehnsucht nach einer Leitfigur oder nach einem Coach. Was aus meiner Sicht gar nicht schlimm ist, wenn es einfach für beide Seiten passt und das Ganze aus dem freien Willen heraus passiert. Warum du als Mann übrigens nicht nur eine bumsen sollst, das verrate ich dir in meinem nächsten Video.